Ich bin am Ende. Die Welt, die Menschen, das Leben, der Tod, die uralten Fragen. Harry Berlin? Hab ich's mir doch gleich gedacht. Junge, wie geht's denn? Mir geht's entsetzlich, Milf. Mir geht's wirklich enorm. Schlimmer kann's gar nicht sein. Ich hab's geschafft. Ich bin am Ende. Jetzt hör mal zu, Harry. Liebe. Liebe? Ja, menschliche Liebe. Ach nein? Dann schau mal, was das ist. Hast du dich nicht gefragt, was ich heute Abend hier mache? Weißt du, Harry, ich bin heute mehr verliebt als zu meinem Hochzeitstag. Aber meine Frau will sich nicht scheiden lassen. Liebe zwischen Mann und Frau? Ich bin unsagbar elend. Alan muss gleich hier sein. Bekommt sie nur erst denken. Wenn sie jemanden kennenlernt... Nein, kommt nicht infrage. Erspart ihr die Bitte. Alan, da bist du ja endlich. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Die schwarzen senkrechten Linien teilen unsere drei Ehejahre in Monate. Die blauen senkrechten teilen die Monate in Wochen. Also, so oft die rote waagerechte Linie, die hier oben verläuft, einer der blauen senkrechten Linien berührt, zeigt sie die Anzahl der ehrlichen Kontakte innerhalb von sieben Tagen an. Alan, um Gottes Willen. Wir können später drüber reden, ja? Später? Ja. Das ist dein Lieblingswort, ha? Nein, Mäd, die Dinge müssen einmal ausgesprochen werden, solange man sie noch aussprechen kann. Seit Jahren warte ich darauf, dass... Wisst ihr was? Ich lasse euch beiden jetzt mal allein, damit ihr euch kennenlernen könnt. Adieu, Harry! Ihr seid wahnsinnig! Adieu, ihr alle! Verdammtes Luder! Wie tief mag das sein? Tief genug. Wissen Sie, ich fürchte mich vor Wasser. Ja, ich kann nicht schwimmen. Aber heute Abend, wenn der Mond so drauf scheint, da sieht's doch eigentlich ganz schön aus. Und beinahe einladend. Frag mich, woran ich glaube, Mild. Woran glaubst du, Harry? Ich glaube an nichts, Mild. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube an die Ehe. Ich glaube darin, dass ein Mann um fünf nach Hause kommt, mit der Zeitung unterm Arm, bisschen dämlich grinst und ruft, hey Schatz, was gibt's heute zum Abendessen? So bin ich nun mal. Hey! 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 Untertitelung. BR 2018